Ekaterina Leonova ist überglücklich. In der Profi-Challenge schwärmte sie von ihrem Vertrauensmenschen. Ekaterina Leonova und Timon Krause waren das Gesprächsthema der Late-Stance-Staffel. Immer wieder wurde spekuliert, ob zwischen ihnen auch privat die Funken sprühen. Hinter den Kulissen war ihre Beziehung angeblich schon länger ein offenes Geheimnis. Vor ein paar Tagen tauchten dann auch noch öffentliche Bilder auf, auf denen sie in Köln eng umschlungen waren. Jetzt meldet sich Ekater höchstpersönlich zu Wort. Bei der Profi-Challenge am vergangenen Freitag tanzte Ekaterina mit Alexandru Ionel eine Kür zum Thema Vertrauen. In einem Interview schwärmte sie, es ist wunderbar, im Leben jemanden zu haben, dem man vertrauen kann. Mit dieser Person kannst du einfach du selbst sein und alles loslassen. Als die Interviewerin fragte, ob es in ihrem Leben eine solche Person gibt, platzt es aus ihr heraus, ja. Ist damit etwa Timon gemeint? Doch genauer darauf eingehen möchte die Tänzerin im Moment nicht. Ekaterina möchte ihr Privatleben lieber für sich behalten. Sie verspricht jedoch, dass sie, wenn sie bereit ist und sich sicher fühlt, gerne etwas teilen wird. Wir sind gespannt, wann es soweit ist.